Meine Herren, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf PharmaRamaCrew. Heute geht es weiter mit der zweiten Ausbeute von Setzlingen. Ja, dieses Video ist jetzt in zwei Teile geteilt. Das ist nämlich jetzt mein Account. Ich habe mir hier 90 Stück gegönnt. Und dann schauen wir uns hier erstmal an, was ist denn zum letzten Mal dabei. Ja, Pini XXL und XL. Der Speyerling ist leider auch zum letzten Mal dabei. Und neu dabei ist der Wacholder. Also ich hoffe mal, dass ich den mindestens zweimal bekomme. Und der Erdbeerbaum XL und XXL. Können wir uns ja mal angucken. An Tiki-Bäumen habe ich mir jetzt keine gekauft, aber... Da wollte ich euch noch darauf hinweisen, wenn ihr das Video noch nicht gesehen habt. Wir haben ein Gewinnspiel gemacht. Da haben wir uns einen gekauft. Und ihr müsst schreiben, ob es ein normaler Baumwied oder ein solcher Sonderbaumwied. Genau. Hier zum letzten Mal dabei ist XL und XXL Sternfruchtbaum. Und leider der Affenbrotbaum. Das ist mir jetzt eigentlich egal, weil ich kaufe mir ja keinen. Aber Affenbrotbaum finde ich einfach der geilste Barmerbaum. Und neu dabei ist der Grapefruitbaum. Finde ich, schaut sehr unecht aus. Könnt ihr ja auch ein Video angucken. Ich habe ja über die neuen Setslinge gemacht. Und hier der Citrate XL und XXL ist neu dabei. Dann würde ich mal sagen, wir fangen an, oder? Genau, fangen wir mal an. So. Das ist die eine Hälfte für ein Video und das ist die andere Hälfte. Aber jetzt kommen wir erstmal hier dazu. Wir machen die Eule. Hauen wir die auch schnell. Wir holen uns nämlich eine Menge EP. Hier, da habe ich eine Wunderranke, eine geile. Die bringt 20% mehr EP auf Rätselstelle und Bäume. Nehmen wir die hier. Und dann müssen wir noch was an. Du hast noch was ergissen? Was? Da ist nochmal eine Wunderranke. Nein. Doch, zwei Stück sind es. Ja, nein, die bringt das nichts. Schau es nochmal nach. Äh, aber die Osaunas, glaube ich. Genau. Die nehmen wir einmal her. Und was, was noch? Der Frühlingsquanz. Das ist der hier, genau. Die nehmen wir auch noch her. Da war keine mehr. Die bringt was anderes. Da? Mehr Prozent auf Bäume. Beim Ernten. Ach so. Oder? Nein, beim Ernten. Das ist einfach Aktivisträger. So, dann würde ich sagen, fangen wir jetzt an. Oder wir können, wie viel haben wir jetzt hier? Ob es falsch? Die hier drauf, ganz schön viel mehr. Dann würde ich jetzt sagen, wir fangen an. Genau. Mach mal weiter. Was ist denn der erste Baum? Jawohl, das geht ja schon super los. Ein Erdbeerbaum XXL. Das ist ja klasse. Gleich einen neuen Baum. Das kommt aus dem zweiten Baum heraus. Jawohl. Ah, Ahorn XXL. Wollten wir schon immer haben. Oho. Das ist ja Hammer. Pro Baum 860 EP. Nee, 420. Ach so, 420. Ja, endlich. Das gibt's ja nicht. Und das geht super weiter. Das ist der Mispel XXL. Jawohl. Ich wusste gar nicht, dass es da Upgrades gibt. Das ist ja geil. Das gibt's ja nochmal, 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 jawohl. Das ist ja heftig. Jawohl. Erdbeerbaum XXL. Also ich hoffe aber, dass ein Wacholder auch noch dabei ist. Also wie geht's, läuft's prima. Jawohl. Dann mit dem XXL. Ja, jetzt hab ich schon 3, jetzt will ich mal was anderes haben hier. Na, jetzt ist wieder ein Mispel XXL, bin ich jetzt nicht so froh. Jawohl. Jawohl, der erste Bergwacholder. Hoffentlich krieg ich, ich will mindestens 4 haben. 2 wären aber auch schon sehr schön. Pini XL, ne, XXL wäre schöner. Ein Speierling, sehr gut, den hab ich auch noch nicht. Den hab ich letzten Gift of Trade vertauscht. Schau mal, nächstes Mal. Nochmal Speierling, jawohl. Das ist ja... Jawohl. Pini XXL ist gut, jetzt darfst du mal hier 2 ernten. Dann schauen wir mal. Heute wird noch ein Video kommen mit Partytrees. Genau, das wird auch sein. Und bei der neuen Quest, dann haben wir hier einen Quittenbaum XXL. Können wir euch mal näher zeigen. Wird wahrscheinlich im zweiten Teil mit drin sein. Das wissen wir noch nicht, ob es ein einzelnes Video hätte, oder ob er im zweiten Video komplett dabei sein wird. Jawohl, ich seh grad hier ein Fächer auch und XXL. Hier sind jetzt fast nur hier XXL-Bäume. Bis auf 2. Und da gibt's auch kein. Und ja, hier, da gibt's ja kein. Oh, ich find bei, dass jetzt ist die Ausbeute richtig Hammer. Noch mal ein Speierling. Sehr schön. Der nächste Baum. Ein Quitten... Nee, Mist, wir brauchen noch schon wieder. Ist nicht schlecht, aber... Ein Erdbeer-XXL-Bäume wäre cool. Erdbeer-Manus-Baum XXL. Weiter mit dem nächsten Baum. Bin gespannt, was du hier nicht. Ein Erdbeer-Baum XXL. Ist jetzt nicht so toll. Weiter mit dem nächsten. Jawohl. Einen Sand-Down, den hab ich noch nicht. Jawohl. Den würde ich auch öfters haben als einmal. Fächer und XXL. Das ist ja kein schlechter Baum. Bis jetzt Schwarzweide brauche ich noch. Was haben wir hier? Einen Quitten-Baum XXL. Ist auch nicht schlecht. Ist auch noch cool, ja. Irgend so einen anderen XXL-Baum. Kirschbaum oder so. Hat man noch nicht. Ist klar. Quitten auch noch mal. Ja, noch mal. Auch nicht schlecht. Pinier XXL. Was uns natürlich auch interessiert. Habt ihr Aussetzlinge gekauft. Und wenn ja. Was habt ihr so gezogen? Eure guten Bäume. Jetzt nicht alle hier aufzählen. Nur die guten Bäume, was ihr richtig geil findet. Und froh, dass drüber seid. Oh, weiter mit dem nächsten. Noch mal Pinier XXL. Viele XXL-Bäume dieses Mal dabei. Ja. Ich glaub, die haben da irgendwie was geändert. Na, Pinier XL. Ja, Pinier hast du es dann erstmal genügend. Ja, dann Fächer Ahorn XXL nochmal. Hatte ich da vorne nicht. Jetzt hab ich drei. Ein Flauenbaum. Flauenbaum XXL. Hauptsache ein XXL. Das ist ja gut. Pinier XXL. Ich will noch einen normalen XXL-Baum. Kirschbaum XXL. Ja, das hab ich vorher angesprochen. Pinier XXL. Also Pinier ist gar nicht selten. Der ist sehr oft XXL da. Sanddorn und Fächer Wacholder brauch ich. Was ist denn das für... Das ist nochmal ein Zucker. Ah und jawohl. Das ist mein zweiter. Da hatten wir noch nie einen. Und jetzt haben wir gleich zwei Stück. Das ist ja Hammer. Ich glaub, wir haben schon keine Ahnung, wie viele Sitzlinge ich gekauft. Erdbeerbaum XL. Naja. Mispel. Nein. Also von den Sonderbäumen haben wir jetzt von Pinier Mistl eigentlich schon genügendes. Jetzt bräuchte man nur noch eigentlich die Hussanddorn und den anderen. Ja, dann machen wir weiter mit dem nächsten. Nochmal einen Zucker. Ah und XXL. Den kann man auch gut, glaub ich, vertauschen. Dann schauen wir mal. Der nächste Baum. Jawohl. Der zweite. Darfst du nochmal zwei aufmachen. So, das sind die letzten jetzt dann. Das sind noch acht Stück, glaub ich. Fächer auch und XXL. Wenigstens Fächer auch. Wenigstens brauchen wir uns nicht beschweren. Wir haben auch keinen Apfelbaum XXL. Ich mag aber die XL-Bäume mag ich gar nicht, weil der Zaun ist so hässlich. Die goldenen haben so einen geilen... Machen wir weiter. Jawohl. Mein dritter Tanne. Ich finde, Tanne ist eigentlich einer der coolen Bäume, find ich jetzt. Machen wir weiter mit dem nächsten. Jawohl, mein dritter Wachholder. Bitte noch einen Sanddorn oder nochmal Wachholder. Da kann man nicht... Jetzt kommt der schlecht. Naja, da kann man sich jetzt eigentlich nicht beschweren, find ich. So, jetzt kommen die letzten drei. Ja, jetzt wird spannend. Oh. So, hab ich... Jetzt tue ich den mal weg, weil der ist so groß. So. Nochmal ein Wachholder oder Sanddorn. Fächerahorn. X. Sehr, sehr, sehr gut. Und nochmal Fächerahorn. Also, Hammerausbeute. Hier drei Bergwachholder. Das ist auf jeden Fall Hammer. Da freuen wir uns natürlich und hoffen, dass wir beim dritten Teil, ja, vom zweiten Teil von diesen Accounten mehr Glück haben. Genau. Hoffe ich auch. Dass wir noch ein paar mehr stille Bäume bekommen, die wohl nicht haben. Also, ich würde jetzt nur noch nochmal ein paar Wachholder. Sanddorn auf jeden Fall und vielleicht nur Speyerling. Aber sonst wünsche ich mir jetzt nichts mehr großartig. Außer noch, Hauptsache nur noch XXL-Bäume nicht hier. XL, die mag ich gar nicht. Ja, dann bedanken wir uns und dann bis zum zweiten Teil. Ciao, Leute. Ciao. Ciao.